Also, merkt man schon, ich habe richtig gestimmt. Also, wir beamen uns jetzt zur Venus. Und fliegen mit der Venus, das ist wieder der Jahreston, einmal um die Sonne herum und nehmen diese Energie mal in uns auf. Und das ist wieder der Venus. Und das ist wieder der Venus. 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 Das ist wieder der Venus.